Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem Kurs Medienethik im Medienrecht, ein Wahlpflichtmodul an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in der Fakultät IM. Ich möchte Ihnen gerne heute im ersten Kurs einen Überblick geben über das, was wir in dieser Lehrveranstaltung machen, vielleicht auch so eine erste Annäherung an den Begriff der Medienethik. Warum heißt dieser Kurs Medienethik im Medienrecht zum Beispiel und nicht Medienethik und Medienrecht? Hierzu vielleicht erstmal ein Überblick. Am Ende auch noch ein paar technische und organisatorische Hinweise für Sie. Nun zunächst erstmal, warum macht es vielleicht Sinn, überhaupt so eine Lehrveranstaltung anzubieten? Gibt es überhaupt praktische Anwendungsfelder in diesem Bereich? Reicht es nicht aus, sich rein juristisch im Sinne von geht oder geht nicht mit Inhalten zu beschäftigen? Oder gibt es darüber hinaus eben auch noch eine weitere ethische oder vielleicht moralische Diskussionsgrundlage über Dinge, die wir tun sollten oder nicht? Und allein wenn Sie sich die letzten Wochen anschauen, was für Themen verhandelt worden sind, etwa in der Nachrichtenberichterstattung, dann können Sie sich schon relativ schnell Fragen stellen, in dem Sinne, hat das jetzt etwas mit Medienethik zu tun oder vielleicht auch nicht? Ich will Ihnen einfach nur mal ein bisschen das Exemplifizieren zum Eingang unseres Kurses. Also zum Beispiel, heute wird etwa verhandelt in den Medien, ob Biden eine Absage des TV-Duells machen kann oder nicht, weil Donald Trump ja eben vermutlich noch an Covid-19 leidet. Und auch hier könnte man sozusagen gleich auf die Kernfrage dieses Diskussionspunktes aufmachen und sich fragen, ob das eine medienethische Fragestellung ist. Nämlich, ob die Öffentlichkeit einen Anspruch hat, über Medien eine politische Debatte zwischen zwei Kontrahenten einer sehr wichtigen Wahl verfolgen zu können oder nicht. Ist es verantwortungsvolles Handeln von Donald Trump, dass er trotz Covid-19 sich der Öffentlichkeit und seinem Gegner stellt? Ist das sozusagen die positiv aufgeladene moralische Maxime, wie man sich verhalten soll in so einer Situation? Oder ist die moralisch aufgeladene Maxime die, dass man, wenn man Covid-19 hat, sich gefälligst in Quarantäne zu begeben hat und eben keine Ansteckungsgefahr für andere ist und in diesem Kontext bitte auch eben auf ein TV-Duell verzichten soll? Also Sie sehen auch schon daran, wie stark unterschiedliche Maximen, über deren Berechtigung man natürlich immer schon streiten kann, auch in Konflikt oder in ein Spannungsfeld treten können und man dann sehr schnell eben in dieser partikularistischen Struktur der Diskussion oder des Streits über Einzelfälle gerät. Nun gut, wir müssen gar nicht nach US-Amerika schauen, sondern wir könnten solche Medien ethischen in Anführungszeichen, wir werden erst ja noch klären, was dieser Begriff meint, Bezüge herzustellen. Schauen Sie sich zum Beispiel die Diskussion an, die wir glaube ich vor einigen Wochen hatten, ob im Rahmen der Sommerinterviews mit Politikerin, die die öffentlich-rechtlichen Sender ja führen, nun eben auch ein Sommerinterview geführt wird mit dem Spitzenpolitikerin, sozusagen apostrophiert Björn Höcke von der AfD. Also auch hierüber gab es ja dann in den sozialen Medien zumindest einen Streit. Soll man sich auch Parteien am rechten Rand öffnen als öffentlich-rechtlicher Sender und ihnen eine Plattform, ein Forum bieten oder nicht. Also auch hier sehen Sie wieder, könnte man ein Spannungsfeld aufmachen verschiedener Maximen, die hier zu gelten haben oder vielleicht moralischer Gesichtspunkte. Einerseits sozusagen sich vor rechtsextremistischen, demokratiefeindlichen Gedankengut zu distanzieren, dem keine Bühne zu geben. Andererseits als öffentlich-rechtlicher Sender natürlich auch einer gewissen Ausgewogenheit, auch das apostrophiere ich, verpflichtet zu sein, dass man allen politischen Parteien, die in Parlamente gewählt sind, dann auch in gleicher Weise die Plattform bietet, wenn man so ein Format wie das Sommerinterview anbietet. Also auch hier haben wir wieder ein Spannungsfeld oder ein kontradiktorisches Gegenüberstellen unterschiedlicher Positionen und diese könnten wir auch wieder als ethisch bezeichnen beziehungsweise als medienethisch bezeichnen. Wir haben ja einen Medienbezug und wir können uns immer auch nach den Kategorien Gut und Böse fragen, was ist jetzt hier das richtige Handeln? Medienplattform für alle politischen Parteien oder Medienplattformen nur für solche Parteien, die wir als demokratisch einstufen und nicht rechtsextremistisch rückwärtsgewandt. Nun, also Sie sehen auch hier schon etwas, was uns beschäftigen wird. Wie baue ich denn solche Maximen? Wie baue ich denn solche moralischen vermeintlichen Grundpfeiler, die für mich gelten? Ist das eine subjektive Gusto-Sache oder wie kann ich denn überhaupt erst mal bestimmen, was gut und böse ist? Geht es nach Tugendeinstellungen? Geht es auf das Schauen auf die Handlungspflicht? Geht es auf die Konsequenz, also auf die Zwecke dessen, was eine Handlung bewirkt? Das werden wir uns schon eher näher anschauen. Oder ist alles letzten Endes nur eine Frage der Semantik? Also das könnten wir uns ja auch diese Frage stellen. Also je nachdem, wie ich die Maxime baue, komme ich dann zu diesen oder jenen Ergebnissen. Ich könnte jetzt sagen, Maxime ist, jede politische Partei, die in einem Parlament sitzt, hat das Recht auf ein Sommerinterview. Das wäre die Maxime. Oder ich sage, jede politische Partei, die nicht demokratiefeindlich nach unserer Einschätzung ist, hat das Recht auf eine Plattform. Sie sehen auch, je nachdem, wie ausdifferenziert sie ihre Maximen gestalten, umso eher können sie dann natürlich auch Richtungen und Konsequenzen verändern. Wir kommen da nochmal drauf zurück, später bei dem Beispiel, du sollst nicht töten. Das ja im ersten, auf den ersten Blick klar zu sein scheint, hinsichtlich seiner Geltung. Auch da aber kommen wir, je mehr wir darüber nachdenken, dann auch in Schwierigkeiten. So, also was gibt es noch für Beispiele aus den letzten Wochen? Denken Sie etwa an dieses, fast auch so ein bisschen in dieses hier vorherig besprochene Sujet rein, nämlich die Frage, ob der Stern sich sozusagen solidarisieren darf mit einer Bewegung, wie hier etwa der Friday for Future Bewegung, in dem er sagt, ja, ihr dürft unser Cover gestalten und wir setzen uns für eine Klimaoffensive ein. Also gut, Klimaoffensive ist missverständlich. Also Klimaoffensive meint nicht, die Temperaturen möglichst schnell nach oben zu schießen zu lassen, sondern sich eben für den Klimawandel einzusetzen. Und hier, auch hier gab es gleich wieder eine Debatte in den sozialen Medien. Ja, wie ist das eigentlich? Darf ich mich jetzt als Nachrichtenmagazin, ich will das auch mal apostrophieren, wieder Stern, darf ich hier meine neutrale journalistische Beobachterrolle verlassen? Und mich mit einer bestimmten Bewegung, so moralisch ehren sie auch scheint, überhaupt solidarisieren? Darf ich diese journalistische Beobachterrolle verlassen und sozusagen eine Parteinahme materialisieren auf meinem Cover? Ist das möglich oder nicht? Also auch hier darüber gab es eigentlich gleich wieder eine Diskussion und jetzt könnte man sich auch fragen, ist das schon eine ethische oder ist das eine medienethische Diskussion? Und dann dürfen sich grundsätzlich der Neutralität verpflichtete oder der Objektivität verpflichtete Nachrichtenberichterstattungsorgane solidarisieren mit einer bestimmten politischen Haltung oder Einstellung. Also auch hier haben wir natürlich überlagert wieder auch schon die Frage, ist denn die Frage, ob wir unseren Kindern und Kindeskindern noch einen lebenswerten Planeten hinterlassen, auf dem es im Sommer nicht 60 Grad wird und wo wir kein Wasser mehr haben, ist die Frage, dass wir uns darum kümmern, auch eine ethische Frage. Das würde jetzt so prima vista, würden wahrscheinlich alle sagen, natürlich ja. Und man könnte fast schon jetzt die Vorfrage vorgreifen, zu der wir noch kommen, können wir nicht zu den meisten politischen Fragestellungen, die wir haben, einen ethischen Bezug schlagen oder den Bezug zum moralisch richtigen und falschen Handeln, was wir dann eben diskutieren müssen. So hieran sehen Sie schon, wie breit dieses Feld der Ethik im Grunde ist oder sein kann. Es gibt da noch weitere Fallbeispiele. Ich weiß nicht, ob ich alle jetzt noch exemplifizieren will. Also auch hier könnte man sich fragen, ist es denn angebracht über das Thema Atommüllendlagerung immer nur dann zu diskutieren in den Medien, wenn gerade die Politiker das auf die Agenda setzen, weil sie sich zum Beispiel treffen im Rahmen einer Ministerpräsidentenkonferenz oder so. Und ansonsten hört man zu diesem Thema gar nichts. Also gibt es so etwas wie einen journalistischen Mainstream, ist die Frage, ob wir unsere Medien dann immer sukzessive und eklektisch über einzelne Themen kurz berichten und dann wieder nicht, ist das auch eine moralische Frage. Wollen wir das anders haben? Ja, also auch hier könnte man einen Bogen zur Ethik spannen. Sie sehen schon, wenn Sie aufmerksam schon die Medienteoriekurse verfolgt haben, das fußt hier auf dieser Indexing-These zum journalistischen Mainstream. Aber auch das ist jetzt sozusagen nur ein Beispiel von dem, was man sich vorlegen könnte in medienethischen Bezügen. Auch die Frage, ob soziale Medien selber entscheiden können, was an Desinformation oder Verschwörungstheorie gelöscht wird oder nicht. Also so wie jetzt aktuell eben Facebook wieder bei einer bestimmten Verschwörungstheorie-Richtung einfach Accounts sperrt. Ja, also auch hier eröffnet sich ein Feld, das uns in dem Kurs natürlich auch noch in besonderer Weise beschäftigen wird, nämlich die Frage der Fake News, also der Desinformation, wenn man es allgemeiner formulieren will, und wie damit umzugehen ist, gerade von sozialen Medien, wo ja jeder Sender und jeder Empfänger ist und tausend Frösche am Teich quaken. Was machen wir damit? Gehen wir damit um? Überlagert wird es natürlich, so schlage ich jetzt den Bogen ins Recht hinein, ins Verfassungsrecht von der Meinungsäußerungsfreiheit. Also habe ich nicht grundsätzlich eben von der Verfassungsfreiheit erst mal das Recht, diese Auffassung zu vertreten, so abstrus sie anderen Menschen auch erscheinen mag. Warum nicht? Wen gefährdet das, wenn ich solche Auffassungen vertrete? Wen würde es gefährden, wenn ich behaupte, in drei Wochen landen Marsmenschen und setzen sich alle auf den Markusplatz und trinken dort eine Limonade und fliegen dann wieder weg? Also dürfte ich sowas sagen oder nicht? Oder ist es Desinformation? Nun, also diese Fragestellungen werden uns befassen. Wir werden dann auch sehen, wie diffizil einmal sowas ist, wenn man das in Regulierung überführen will. Also wenn man tatsächlich mal überlegt, soll man Fake News verbieten? Was nehmen wir denn da rein oder was lassen wir draußen? Das soll uns vielleicht in der Diskussion beschäftigen. Aber auch schon vorher erst mal die Frage, ist das überhaupt eine ethische Fragestellung, mit der wir uns zu befassen haben? So, dann jetzt wieder erneut aufgekommen anhand eines Einzelfalls die Frage der Vorratsdatenspeicherung im Kampf gegen Missbrauch. Auch hier können Sie im Grunde ein ethisches Spannungsfeld aufbauen. Einerseits sozusagen Datenschutz, Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Wieso soll man einfach Nutzungs-, Verbindungs- und Bestandsdaten einfach mal auf Vorrat, auf Verdacht speichern, was ja sozusagen auch immer impliziert, so einen gewissen Generalverdacht gegenüber der Bevölkerung. Auf der anderen Seite natürlich das Anliegen, möglichst effektiv Kindesmissbrauch und Kinderpornografie zu bekämpfen. Also auch hier sehen Sie wieder, man kann unterschiedliche moralisch aufgeladene Maximen gegeneinander stellen und ist dann immer noch nicht am Ergebnis, weil man nicht weiß, wie soll man jetzt die am Ende beachten und wie nicht. Nun, also ich würde es jetzt dann damit auch gut sein lassen. Sie sehen auch hier, man kann das dann auch runterbrechen auf kleine Dinge, die wir aus dem Beleidigungsstrafrecht kennen. Also hier etwa eine SPD-Politikerin, die SPD-Vorsitzende, die Berliner Demonstranten als Covid-Idioten bezeichnet hat, wo es dann eben sozusagen dann gleich justiziabel gemacht worden ist, über Staatsanwaltschaften, die durch Strafanzeigen okkupiert worden sind. Und hier ging es dann um die Frage, ist das strafbar oder nicht. Aber auch jetzt hier, um gleich mal das Verhältnis vielleicht zwischen Recht einerseits und Ethik so ein bisschen vielleicht vorzuspannen, sehen Sie schon, dass man sich vielleicht die Frage stellen kann, jenseits der Strafbarkeit ist es angemessen, ist es richtig, dass eine Politikerin Partei ergreift, in dem Sinne, dass sie einer bestimmten Fraktion von Menschen, die von ihrem Versammlungsrecht Gebrauch machen, als Covid-Idioten abstempelt. Ist das ok oder nicht? Und da gibt es da auch Grenzen, wo man sagen muss, ja, da muss sich eine Politikerin auch klar positionieren, zugunsten einer bestimmten Einstellung und einer bestimmten Haltung. Also auch hier sehen Sie, im Grunde könnte man das auch auf die Tapete des richtigen politischen Handelns oder des richtigen politisch-moralischen Handels beziehen. Und damit haben wir eigentlich schon dieses grobe, ganz grob umrissen, dieses sehr weite Feld an Fragenstellungen, die zum einen Medienbezug haben, aber auch den Bezug aufmachen zu der Frage, was ist richtiges Handeln oder was ist moralisch richtiges Handeln? Gut, wir werden das sozusagen im Einzelfall noch beschäftigen, uns beschäftigen damit. Zunächst jetzt erstmal vielleicht ein Überblick über die Agenda. Wie möchte ich in diesem Semester, das ja wieder durch Covid-19 sozusagen ein bisschen Kapriolen schlägt, dass wir doch sehr viel in den Online-Bereich gehen müssen, wie wollen wir das jetzt vielleicht erstmal von der Chronologie abhandeln? Zunächst scheint mir es ganz wichtig, über das, was wir jetzt gerade ganz grob, nur eklektisch und in den Topf mal eben reingreifend gemacht haben, nochmal methodisch zu machen, nämlich uns dem Begriff der Ethik zu nähern. Was ist überhaupt Ethik? Kann ich zu bestimmten Konstellationen sagen, das ist aber unethisch oder geht das gar nicht, passt das überhaupt nicht? Was meint Ethik? Das soll uns zuerst mal beschäftigen, wo kommt dieser Begriff her? Wir gucken uns das auch etymologisch an, aus dem Altgriechischen und versuchen uns dann auch über die Philosophie, Sie wissen ja, dass Ethik eigentlich im Grunde ein klassischer Bereich der Philosophie ist, der praktischen Philosophie oder der angewandten Philosophie, wie sollen Menschen handeln? Das können wir uns hier erst mal erschließen, um uns dann gleich mal die etwas abstrakte Frage vorzulegen, die aber sehr wichtig ist, kann ich denn solche ethischen oder moralischen Urteile immer nur im Einzelfall fällen oder kann ich generalistisch bestimmte Maximen aufstellen, die immer gelten? Also sowohl im medienethischen Bereich als auch im ethischen Bereich. Kann ich zum Beispiel generalisierend sagen, man soll nicht töten oder Menschen sollen nie und unter keinen Umständen töten? Oder müssen wir auch wieder hier jetzt partikularistisch uns die Einzelkasuistik anschauen und uns fragen, ja doch, im Einzelfall darf ich schon töten? Und genau dieser sehr grundlegende Konflikt zwischen den einen, die sagen, also Ethik kann man nur betreiben eigentlich unter Ansehung des Einzelfalls, wo auch etwa die Tugendethiker herkommen, das wäre der Partikularismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Generalismus, der sagt, man kann allgemeine Maximen, die immer gelten, formulieren. Also die Schwierigkeit bei du sollst nicht töten, um das jetzt eben auch schon mal vorzuskizzieren für unsere Diskussion, die wir dann hoffentlich in den Veranstaltungen, in den Synchronen Lehrveranstaltungen haben werden, daran könnte man es diskutieren. Du sollst nicht töten, nicht eine generalistische Maxime und belegt sie nicht, dass man über den Einzelfall hinaus auch ein Gebot aufstellen kann. Ja, aber wenn ich Ihnen jetzt sage, naja, was ist dann mit dem Schwangerschaftsabbruch? Oder was ist mit dem Töten in Notwehr? Oder was ist mit dem sogenannten Plankenfall? Sie treiben im Indischen Ozean und retten sich mit letzter Kraft, schwimmen Sie in Richtung einer Holzplanke, die Holzplanke, die im Meer treibt und je näher Sie kommen, sehen Sie, dass bereits ein anderer Havarierter auf dieser Planke liegt, so halb. Und Sie kommen jetzt hin und Sie stellen fest, die Planke trägt nur einen. Und Sie wissen auch, nur einer, der auf der Planke bleibt, hat die Chance zum Überleben und wird überleben, bis Hilfe kommt. Der andere nicht, weil sie schon so geschwächt sind, dass sie sich nicht mehr über Wasser halten können. Das sogenannte Plankenfall, ja also ein klassisches, auch strafrechtliches Gedankenmodell, um dann zu sagen, dürfen Sie in dieser Situation töten? Dürfen Sie den anderen, der schon entkräftet ist, von der Planke stoßen, dass dieser ertrinkt, um selber zu überleben? Ja, also im Grunde die Konstellation Leben gegen Leben. Wie wollen wir sowas strafrechtlich handhaben? Und wie wollen wir sowas moralisch handhaben? Geht der Altruismus sozusagen so weit, dass man hier sagen kann, ja, es geht jetzt zwar ums eigene nackte Überleben, aber das moralische Prinzip steht höher? Oder gilt eher, wie es Bertolt Brecht formuliert hat in der Drei-Groschen-Oper, erst das Fressen, dann die Moral? Denn wovon lebt der Mensch? Also sehen, wir gehen auch an ganz grundlegende Fragen, die natürlich dann eher auch philosophisch sind als rechtlich. Gut, dann kommen wir auch nicht umhin, uns sozusagen aus der, uns ein bisschen um die Raison d'être von moralischen Prinzipien zu kümmern. Also da gibt es unterschiedliche Gedankenrichtungen. Wo ist das überhaupt bei uns, dieser moralische Kompass zu verorten? Ist das eher eine Frage des Charakters? Also welche Tugenden wir ausgebildet haben oder auszubilden haben? Und können wir dann aus diesem Tugendkanon, den wir in uns vereinigen, immer einzelfallorientiert richtig handeln? Das wäre sozusagen die Richtung der Tugendethik, die vor allem natürlich aus der griechischen Antike stammt, insbesondere Platon und Aristoteles, aber auch heute noch Anhängerschaft hat, wenn Sie etwa an Alistair MacIntyre denken oder auch an Martha Nussbaum an der University of Chicago. Dann die Deontologie, die setzt nicht an den Tugenden, also Charaktereigenschaften, inneren Motivationen an, sondern fragt sich eher sozusagen nach der Pflicht oder nach der Handlungspflicht. Welche Handlung ist gut? Also Deontologie kommt auch aus dem altgriechischen Deon, bezeichnet also eher sozusagen die Pflicht und setzt einen klaren Schwerpunkt auf das Handeln. Wie soll ich richtig handeln? Und wenn ich das so formuliere, erinnern sich viele vielleicht von Ihnen auch schon an den kategorischen Imperativ. Man würde sicher sagen, dass Kant ein Hauptvertreter dieser deontologischen Richtung ist, aber auch hier gibt es modernere Errichtungen, sogenannte Verfahrensethiken, wie etwa von Habermas oder von Rawls, die wir auch in die Deontologie packen können. Und schließlich dann die Frage, ist Ethik vielleicht oder sind moralische Maximen eher zu bestimmen oder zu überprüfen über den teleologischen Ansatz. Teleologisch kommt von Telos, also nicht verwechseln mit Theologie, also Theologie hat ja nichts zu tun damit, obgleich natürlich Theologie auch wiederum moralische oder ethische Bezüge aufweist. Manchmal versuchen das auch Denker zu vermischen. Denken Sie etwa an Thomas von Aquin, den Aquinaten, der eben gerade versucht hat, die aristotelische Tugendethik zu kombinieren mit Glaubensinhalten, die natürlich dann alle theistisch sind, die natürlich dann auch nicht allein vom menschlichen Handeln ausgeht. Das könnte man dann als Theologie auch bezeichnen. Hier meint Teleologie was anderes, das kommt aus dem altgriechischen Telos, Zweckziel. Da wissen Sie vielleicht auch schon, was damit jetzt gemeint ist. Hier bestimmen wir, was Gutes oder Schlechtes Handeln ist von den Konsequenzen des Handelns her. Und sagen dann etwa, gut ist ein Handeln dann, wenn es die Glückseligkeit oder die Happiness von einer möglichst großen Zahl von Menschen maximiert. Das wäre sozusagen so ein utilitaristischer Ansatz, also vom Nutzen her gedacht. Utilitarismus sagt ja, er ist im Prinzip vom Nutzen her geleitet. Und hier gibt es dann eben auch Strömungen, vor allem im angloamerikanischen Raum, wenn Sie etwa an Jamery Banthan denken oder an John Stuart Mill. Das werden wir uns auch so ein bisschen anschauen, weil das schon wichtig ist. Wir können dann später, wenn wir in die Einzelfallkasuistik gehen, dann immer wieder auch das so ein bisschen durchdeklinieren oder subsummieren. Ja, wie würden wir denn jetzt diese Konstellation entscheiden? Also solche etwa, wie wir uns gerade eben angeschaut haben. Was würde die Tugendethik dazu sagen? Was würde die Deontologie dazu sagen? Und wie könnte man so ein Fall vom Nutzenansatz her oder von der Teleologie her lösen? Und schließlich kommen wir dann von dieser auf den ersten Blick vielleicht etwas trocken abstrakt erscheinenden Materie dann zur Medienethik und spezifizieren das in diese Bereichsethik der Medien hinein. Wir werden das sicher funktional ein bisschen machen und vielleicht so ein bisschen von den Playern auch. Also das wirkt jetzt vielleicht auf den ersten Blick alles ein bisschen abstrakt. Ich verspreche Ihnen, dass wir das immer wieder an Beispielen, wie jetzt etwa die gerade von mir erwähnte Kasuistik, du sollst nicht töten, immer wieder exemplifizieren. Wir werden immer wieder diskutieren anhand von Beispielen und versuchen uns diese Typologien dadurch greifbarer zu machen. Gut, also das wäre so der erste Block im Überblick. Der wird uns sicher so die erste Hälfte des Wintersemesters beschäftigen und kommen dann im zweiten Block, der auch am Anfang noch so ein bisschen abstrakt ist, dann so ins Recht rein. Unser Kurs heißt ja Medienethik im Medienrecht. Ich habe es deshalb verbunden, nicht durch eine Konjunktion, sondern durch dieses Im, um auch schon gleich das Verhältnis klar zu machen, dass aus meiner Sicht zumindest der Bereich der Ethik wahrscheinlich weitergefasst ist und mehr Sujets umfasst, als es der rechtliche Bereich, der medienrechtliche Bereich tut. Das klären wir aber dann eben in dieser Frage, was ist denn jetzt das Verhältnis zwischen Ethik und Recht? Ist jede ethische Frage bei uns auch rechtlich geregelt oder ist sie das nicht? Das können Sie sich relativ schnell an Beispielen verdeutlichen, dass es da vielleicht eine Schnittmenge gibt, aber dass sie nicht 100 Prozent sich überschneidet. Also nehmen wir etwa die Diskussion, was ist denn jetzt Rassismus und was ist Toleranz? Und angenommen, Sie setzen sich in ein Taxi, was ja auch Covid-19 mit Ihnen kaum geht, aber setzen Sie sich in ein Taxi rein und Ihr Taxifahrer oder Ihre Taxifahrerin hat eine andere Hautfarbe. Und Sie sagen dann, ach, wo kommen Sie denn her? Ja, ja, und das ist jetzt aber eine Taxifahrerin oder ein Taxifahrer, der in Deutschland geboren ist und hier lebt, ja, und der sagt natürlich aus Deutschland, ja. Also hier könnte man sich die Frage stellen, ist die Frage, wo kommen Sie denn her? Nur weil jemand eine andere Hautfarbe oder eine dunkle Hautfarbe hat, nicht eine andere, andere ist auch schon wieder die Frage, darf man eine andere Hautfarbe sagen, ja. Sie sehen also auch schon wieder hier das Spiel der Semantiken. Ist diese Frage unstadthaft? und unstadthaft meint, ist diese Frage moralisch erlaubt oder nicht? Ja, nehmen Sie jetzt mal die gleiche Konstellation, Sie setzen sich in ein Auto, in ein Taxi rein und der Taxifahrer fragt Sie in breitesten Schwäbisch, wo möchte Sie denn hinfahren? Ja, und das passiert Ihnen in Berlin und dann sprechen Sie ihn auf seine Herkunft an und fragen, ja, wo kommen Sie denn her? Ich habe da so eine Ahnung, ja. Ist das dann sozusagen erlaubter als die erste Konstellation oder müssen wir hier differenzieren, weil das eine an Äußerlichkeiten, die sozusagen genetisch festgelegt sind, orientiert ist und das andere eher aus so einer kulturellen Habitus-Herkunft, die mir eine gewisse Dialektförbung in der Sprache gibt, die ich bisher nicht zu überwinden in der Lage war. Also, Sie sehen, das sind alles Konstellationen, die man sich vermutlich auch unter ethisch-moralischem Kontext stellen kann und dann ist aber auch schon von vornherein klar, das ist natürlich nicht justiziabel. Also, Sie können nicht verklagt werden, weil Sie jemanden fragen, wo kommen Sie denn her? Ja, also das ist jenseits des Rechts und damit sehen Sie auch schon, was ich eigentlich skizzieren wollte, dass das Spannungsfeld dessen, was einer ethischen Diskussion zugänglich ist, weiter ist, als es die rechtliche Dimension ist. Trotzdem ist es natürlich sinnvoll und manche von Ihnen, die ja schon bei mir auch in Vorlesungen waren im Rahmen Ihres Bachelorstudiums, haben vielleicht auch schon eine gewisse Vorkenntnis, was medienrechtlich so geregelt ist, welche Felder es gibt. Ich möchte hier gleichwohl für alle, weil wir ja auch externe Studierende haben, die über den MMM-Masterstudiengang zu uns gestohlen sind, nochmal so einen Überblick über grundrechtliche Regelungen vor allem geben, weil vor allem das Grundrecht auch immer moralische Maxime abbildet. Also denken Sie allein an unseren Artikel 1 des Grundgesetzes, die Menschenwürde ist unantastbar, ist natürlich ihrerseits eine moralische Maxime. Oder auch Artikel 2, die Handlungsfreiheit. Also im Grunde ist Artikel 2 des Grundgesetzes Immanuel Kant. Also jeder soll so frei handeln können, wie es mit der Freiheit der anderen gerade noch vereinbar ist. Und auch hier legen wir sozusagen medienspezifisch so einen kleinen Überblick über medienrechtliche Felder, die auch alle immer so einen gewissen ethischen Bezug haben. Und dann gehen wir wirklich hoffentlich noch mit viel Zeit zum Ende des Semesters in Einzelkasuistiken, in Einzelfälle. Zum Beispiel die Frage, die ich vorhin schon erwähnt habe, kann man oder soll man Fake News verbieten? Vielleicht erstmal die Vorfrage, kann man überhaupt bestimmen, was ist jetzt Fake News? Oder was ist gefährliche oder nicht erwünschte Desinformation? Und dann die Folgefrage, soll man sowas verbieten? Soll man sowas regulieren? Oder in welcher Art und Weise könnte man das tun? Dann können wir uns, wobei das alles nur Vorschläge sind, wenn Sie, Sie dürfen sich selbstverständlich wie im gesamten Kurs alle mit einbringen. Es ist ja so, dass in der Philosophie insgesamt sich im Grunde jeder berufen fühlt, mitzusprechen und seine eigene Meinung zu haben. Und so soll es ja auch sein. Also wir sprechen ja jetzt nicht über irgendein Ingenieurstudium mit Spezialkenntnissen, wo Sie am Ende rausgehen, sondern Sie alle haben Ihren moralischen Kompass. Ich will jetzt nicht auf den Streit, Sensualismus, Rationalismus schon eingehen, aber Sie alle haben Ihren moralischen Kompass. Und Sie haben auch alle zu den Fragen, die wir uns vorlegen werden, natürlich schon Ihre vorgefestigte Meinung, die sich vermutlich an diesem moralischen Kompass orientiert. In diesem Kurs geht es nur darum, sozusagen das nochmal zu sensibilisieren und abzugleichen vielleicht mit bestimmten, anerkannten ethischen Typologien. Bin ich jetzt sozusagen eher Tugendethiker, wenn ich das sage, oder bin ich Deontologe? Und uns da sozusagen vielleicht nochmal so ein bisschen eine Verfeinerung unseres Denkens über gutes und schlechtes Handeln zuzueignen. Das ist etwas, was man aus meiner Sicht auch als Soft-Skill bezeichnen kann, der aber nicht unterschätzt werden darf, gerade auch hinsichtlich der Fähigkeit in Ihrem weiteren beruflichen Leben oder auch außerhalb des beruflichen Lebens. Im Grunde kann man mit Karl Jaspers sagen, das ist eigentlich philosophische Lebensführung. Darum geht es vielleicht auch als Mensch, sich selber so einen gewissen Lebensführungsweg zu haben und sich da auch nicht zu verlieren. Und da ist es aus meiner Sicht auch jetzt ungeachtet dessen, dass es hier halt eben ein Lehrmodul ist, gar nicht verkehrt, sich mal mit diesen Fragen in ein paar Stunden zu befassen. Und dann gucken wir uns auch juristische Einzelfälle an. Sie wissen ja vielleicht, dass ich 20, 30, 20 Jahre Rechtsanwalt war und mich mit vielen Konstellationen beschäftigt habe vor Gericht, die zum Teil auch mit ethischen Grundsatzfragen, medienethischen Grundsatzfragen überlagert sind. Also zum Beispiel der Bushido-Fall, der Ende Oktober letzten Jahres entschieden worden ist mit den Rap-Inhalten des Albums Sonny Black. Ja, soll man sowas auch im Namen der Kunst kolportieren dürfen, auch wenn es vielleicht frauenfeindlich und homophob ist in den Texten oder nicht? Ja, könnte man sagen, das ist auch eine Frage von sich gegenüberstehenden moralischen Maximen. Der Meinungsfreiheit, der Kunstfreiheit einerseits und andererseits eben dem Schutz der Jugend vielleicht, aber auch darüber hinaus hat das Ganze eine nicht justiziable moralische Komponente, über die wir dann zusammen auch diskutieren können. Gut, das wäre der Überblick über das, was wir in dem Semester machen. Sie werden immer wieder neue Screencasts auch finden. Bitte haben Sie Nachsicht, wenn jetzt nicht gleich in der zweiten Woche fünf, sechs Screencasts verfügbar sind, sondern das wird sicher sukzessive wachsen, auch danach, je nachdem wie bei mir die zeitlichen Kapazitäten sind. Abschließend noch vielleicht ein paar organisatorische Hinweise. Das können wir allerdings kurz machen, weil Sie das ja auch in der Modulbeschreibung nachlesen können, dass für unser Modul eine Klausur vorgesehen ist und soweit es uns die Covid-19-Pandemie dann in der Prüfungsperiode erlaubt werden, werden wir dann an der Klausur auch festhalten, gehen dann in den großen Hörsaal, wo genügend Abstand möglich ist. Vielleicht, wenn das nicht ohne Risiko möglich ist, können wir uns dann auch unterhalten, ob eine alternative Prüfungsleistung möglich ist. Gerade dieses Feld der Medienethik bietet sich auch dafür an, dass alle eine Kurzhausarbeit schreiben. Das will ich noch so ein bisschen offen lassen, aber vorgesehen ist eigentlich eine Klausur. Die macht didaktisch schon auch Sinn, weil in der Klausur können wir eigentlich zu allen, jetzt gerade angesprochenen Blogschwerpunkten, auch jeweils unterschiedliche Fragestellungen abdecken und Sie können am Ende dann auch nochmal Wissen zu verschiedenen Bereichen abrufen. Das ist genauso didaktisch aus meiner Sicht lehrdidaktisch geeignet, wie sich am Ende nochmal durch eine Hausarbeit in einem spezifischen medienethischen Thema zu vertiefen. Beides hat seine lehrdidaktische Legitimation. Lassen Sie uns das dann im Laufe des Semesters nochmal besprechen und diskutieren. Und dann der letzte Hinweis, Sie finden Unterlagen, insbesondere ein Skript zu unserer Veranstaltung Medienethik, die jetzt nicht 100% eins zu eins der Chronologie dieser Screencasts folgt. Ich erlaube mir die Freiheit, hier auch in den Screencasts immer wieder aktuelle Bezüge, so wie wir das vorhin eingangs mit den Screenshots gemacht haben, zu machen und damit dann auch mal vom Skript abzuweichen und von der Skriptchronologie. Und vielleicht wird auch nicht alles, was ich erwähne, wenn ich etwa vielleicht John Stuart Mill ein bisschen mehr ausführe oder etwas zu Alistair McIntyre sage bei der Tugendethik, dann werden Sie das vielleicht auch nicht alles ausformuliert im Medienethik-Skript finden. Aber das ist einmal im Hinblick auf die Klausur unkritisch, zumal wir am Ende ohnehin noch ein sehr ausführliches Klausurbriefing machen werden und zum anderen, glaube ich, unschädlich, weil Sie sich natürlich auch selber immer natürlich gerne im Internet weiter informieren können oder auch Fachliteratur der von mir genannten und referenzierten Philosophen und Denker und Philosophinnen selbstverständlich widmen können. Gut, neben diesem Skript wird im Download-Bereich dann auch zusätzliches Material abrufbar sein. Vor allem, wenn wir uns natürlich dann Einzelkasuistiken anschauen, haben Sie dort die Möglichkeit, auf Rechtsprechungsurteile zuzugreifen, auch vielleicht sonstige Informationen, die Hintergründe liefern zu diesen Einzelfällen. Möglicherweise auch werde ich Ihnen Auszüge aus Fachliteratur online stellen im DigiBoard. Ich muss da immer ein bisschen urheberrechtlich schauen, was da möglich ist und nicht, weil wir im DigiBoard ja das nicht auf die Teilnehmerzahl begrenzen können, sondern nur nach Matrikeln den Abruf begrenzen dürfen. Und deshalb gibt es da so ein bisschen ein urheberrechtliches Problem, was man da reinstellt und was nicht. Aber auch hier werden wir dazu sagen, ja schon in der nächsten ethischen oder medienrechtlichen Fragestellungen, die können wir dann mal intern vielleicht bei der Präsenzveranstaltung bei der ersten noch weiter besprechen. So, das soll es erst mal gewesen sein, der erste Überblick. Sie finden dann in den nächsten Wochen nach dieser Blockchronologie, wie ich sie Ihnen vorgestellt habe, weitere Videos und auch weitere Materialien. Und dann sehen wir uns auch regelmäßig, ja auch in der Synchronenlehre. Bis dahin, alles Gute.